Du brauchst nur ein Wort zu sagen. Danke, ich brauch keine Almosen. So war das nicht gemeint. Ist das jetzt schon so weit, ja? Dass du diese Scheiße hörst? Woher willst du wissen, dass das Scheiße ist? Hast du schon gehört? Nein. So etwas nennt man Vorurteil. Warum machst du das? Um mir eins auszuwischen? Es geht nicht immer nur um dich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020